Ein Vogel ist nicht ein Insekts. Das ist ein Vogel, glaub mir, das ist der kleinste Vogel, das existiert. Aber schön. Und weißt du pro Sekunde, wie oft sie ihre kleine... Schrauben? Nein, nein, die flugenden Blätter, um in der Luft zu bleiben, ist die Welt scheiß. Nein, sie kommt bestimmt. Aber das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel.